Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei The Walking Dead. Zuletzt wollten wir schauen, was sich hinter dieser Tür verbirgt. Denn Kenny wollte den Stall durchsuchen, aber hatte Streit mit Lily und hat es jetzt gelassen. Aber wir sehen hier unten auch eine Blutlache, die da herauskommt. Und jetzt wollen wir das Ganze mal ein bisschen genauer untersuchen und schauen mal nach. Ein Schloss. Ich werde sie um jeden Preis beschützen. Ich weiß, dass du will. Schau, der Mann mit Katja. Was ist der Name? Er hat es richtig festgelegt, als wir in uns kamen. Ich habe definitiv gehört ein Geräusch da hinten. Was? Mein Punkt ist, wir müssen sicher wissen. Also, geh holen einen Hammer oder so, und ich habe das Ding auf in einem Moment. Du gehst mich auf, bis sie Farmer kommen. Ich gehe auf. Ich gehe auf, Mann. Ich denke das mal. Du hast den Schloss. Dann, was ist es, dass du falsch bist? Du hast nur deine Chance bekommen, um ein gutes Essen an die Kinder, die du versuchen, zu schützen. Use deine Kopf, Kenny. Alles klar, Professor. Was hast du in mir? Lass mich mal schauen, was wir mit uns beschäftigen. Er meinte also, weil wir schwarz sind. Was ist hinter dieser Tür? Was ist hinter dieser Tür, Andy? Es ist nur die Tür. Wir halten es so, dass die Leute in den Wald nicht versuchen, sie zu holen. Wir wären ohne sie tot. Hey, mach mir ein favorit. Nicht mit dieser Tür, okay? Nur, du weißt, Mama wird nervös. Andrew, ich brauche deine Hilfe wieder. Kein Problem. Gleichzeitig, Doc. Lenke Andy ab, um ihn aus der Scheune zu locken. Müssen wir als nächstes machen. Ich habe ein Multitool gefunden. Wie lenke ich Andy ab? Any thoughts on how to distract Andy? I don't know, man. Just look for something outside of the barn. We need him out of here. Okay, wir müssen also irgendetwas machen, um den abzulenken. Dann gehen wir mal wieder raus. Der Larry schleimt sich also ein. Er will anscheinend hier nicht mehr weg. Nun gut, vielleicht können wir etwas mit dem Generator machen. Und ihn dann zum Generator locken. Dann wollen wir es mal versuchen benutzen. Dann schalten wir ihn nochmal aus. Okay, das hat er schnell wieder hinbekommen. Wir müssen ihn also irgendwie länger ablenken. Benzinkanister. Können wir damit etwas machen? Gas hält die Generator und die Generator hält die Fenster. Nein, damit können wir sonst nichts machen. Genaueres am Generator. Gehen wir nochmal da dran. Diesmal... Ah, Abschirmblech. Sehen wir uns das mal an. Hm, ich glaube ich werde einen Schraubenzieher benötigen. Zum Glück haben wir den Multitool dabei. Dann öffnen wir das doch mal. Riemen. Können wir die irgendwie... Okay, mit der Hand wäre das vielleicht eine noch dümmere Idee. Dann müssen wir das wahrscheinlich erstmal ausschalten. Hoffentlich kommt der Andy da nicht sofort raus. Und jetzt... Du solltest das auch wieder verschließen. Das wird uns Zeit geben, um in der Scheune genauer nachzuschauen. Während er dort repariert. Dann gehen wir mal wieder in den Stall rein. Können wir mit Kenny jetzt darüber reden? Da müssen wir direkt aufschrauben. Ich habe ein Multitool gefunden. Das ist gut. Jetzt müssen wir das Ganze hier alleine machen und das wirkt dann ein bisschen auffällig, wenn wir beim Essen nicht dabei sind. Dann werden wir es trotzdem schnell hinter uns bringen. Ah, jetzt habe ich auch Schauen gemacht. Wenn ich sie entfernen kann, muss ich nicht mit dem Schrauben sprechen. Nun die letzte und jetzt können wir ja es öffnen. Oh mein Gott. Was zum Teufel ist das? Also eine Schlachterei betreiben sie hier hinten. Ich habe es geahnt, dass wir dabei erwischt werden. Oh, Brenda, du bist ein Engel. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nun können wir uns die Hände waschen, aber ich denke mal, das ist eher eine Ausrede, damit wir mal nach Marx schauen können. Highschool-Abschluss. Eine Auszeichnung, College-Abschluss. Und ein Baseball-Pokal. Und hier haben wir ein Foto von Brenda und ihrem Mann. Das ist also Terry. Was haben wir hier? Kratzer. Wir haben da einen Schrank davor gestellt. Okay. Medizinschrank. Was haben wir denn hier? Eine Kiste. Mullbinden. Rasierschaum. Dann schließen wir den Schrank mal wieder. Sonst können wir hier drin nichts machen. Wir können uns jetzt nach oben schleichen. Und nach Marx sehen. Natürlich knirsch ich die Treppe. Das war so klar. Jetzt ganz ruhig. Wo gehen wir denn als erstes hin? Geben wir mal zuerst hier ein Schlafzimmer. Schauen wir hier beim Bett. Wo ist Mark? Ich dachte, Brenda sagte, er war hier zu resten. Ja, wo ist der? Das ist die Frage. Fenster. Ein Unwetter zieht also auf. Hier ist Blut. Nichts Außergewöhnliches. Aber hinter dem Schrank ist doch etwas. Öffnen wir mal die Schranktür. Morphium. Um jemanden K.O. zu machen. Kerzenschachteln. Würde einmal... Stromkabel. Es sieht aus wie ein paar Medikamenten in hier. IV-Tubes, Saline. Was würden Dairy-Farmers mit diesem kinder Schrank nutzen? Stromkabel. Wo ist das Kord? Wollen wir ihn doch mal anschließen? What the hell? So, befindet sich dahinter... ...ein Schrank. Äh, hinter dem Schrank ein Raum, meine ich. Das sieht man ja auch. Das ist ziemlich offensichtlich. Hier scheint auch das Licht durch. Dann schieben wir den Schrank mal weg. Und hier ist also die versteckte Türe. Dann gehen wir doch mal durch. Oh mein Gott. Da ist Mark. Oh mein Gott. Was zum Teufel. Oh mein Gott. Das ist also... Oh mein Gott. Sie essen sein Fleisch. Oh mein Gott. Das war knapp. Oh, schau dich an, Lee. Diese Frau hat dir ein Essen gemacht. Ja, Lee. Was hat dir in den Sinn gemacht? Er hat nur einen Stork. Er könnte ein paar verdammten Männchen benutzen. Ihr esst Männchenfleisch. Sie essen menschliche Fleisch. Das ist verrückt. Was ist das? Was ist das? Ich schreien die Kinder, Lee. Lee? Was ist mit dir? Nicht ihn, Lilly. Es ist immer etwas mit diesem Mann. Mom, ich war das. Was ist passiert? Ich gehe nach dem Stork und schaufe. Du findest einen Mann mit beiden den Lagen gebrochen. Das ist ein Däiri, nicht ein Ranch. Erinnern Sie es. Es ist wahr. Alles könnte gut sein sein für euch, Leute. Er würde auch sterben. Wir müssen denken über leben. Settel down, honey. Growing up in rural Georgia, du bist nicht zu verraten. Das ist wie ich war, und wie ich meine Eltern habe. Ihr seid doch alle krank. Kenny, hol deine Waffe. Kenny, hol deine Waffe. Kenny, nein! Niemand geht irgendwo. Wir haben hier vieles für euch. Was? Die verdammte Blöcke! Halt deine Waffe! Wir gehen hier raus! Du gehst nicht nahe, meine fucking Familie! Ich will nicht sterben. Mami, was habe ich gegessen? Alles kommt wieder in Ordnung. Lass Clementine in Ruhe. Ich bring dich um. Oh mein Gott, war das Mark? Was zum Teufel? Was für kranke Kerle hier blieben. Oh mein Gott. Was für kranke Kerle hier blieben. Was für kranke Kerle hier blieben. Oh mein Gott. Was für kranke Kerle hier? Man wird, das Schlimmste zu lösen. Was für kranke Kerle der Beste. Wat für gekombt? Alles in Ordnung mit dir, Clementine. Oh mein Gott, sie haben seine Familie. Jetzt sind wir hier in diesem Kühlraum gefangen, nachdem wir erfahren haben, was die hier betreiben, was das hier für eine kranke Scheiße ist. Dann reden wir doch mal mit Clementine. Was haben wir denn hier? Kisten. Was ist hier? Regale. Toiletten. Toiletten. I'll break that damn door down! Dad, you can't get... Easy! Dad? No! Dad, come on! Dad! Oh god, he stopped breathing. I think he's had a heart attack. Shit. Is he dead? He's not dead! Somebody help me! Fuck. If he's dead... He's not dead! You know what has to happen, Lee. Think about it. You saw that poor bastard at the motel? How fast he turned? What are you saying? Lilly, I'm sorry. I truly, truly am. But in a few minutes, we're gonna be stuck in a locked room with a six foot four, three hundred pound, seriously pissed off dead guy. Fuck you! We can bring him back! Lee! We'll mourn him later. But right now, we have to keep him from coming back. No! God damn it, Kenny! He is not dead! We're dead! We're dead! We're dead! We're dead! You can't kill him if he's not dead, Kenny. Remember how hard it was for you to get that monster off of Caccia? And Larry's twice his size. It's him or us. Look Kenny, back at the drugstore when we all thought Duck was bitten. I gave him the benefit of the doubt. Maybe we should do the same now. That was different. Duck wasn't bitten. But come on! We know this guy's not gonna make it. Remember what Ben said. We gotta destroy the brain. Come on, Lee. You can't be in the middle on this one. You gotta have my back this time. God damn it, Lee. I need you. Please help me. Come on, Dad. Come on. You gotta kill me. You gotta kill me. You gotta kill me. You gotta kill me. I don't want to see you. I'm sorry, Lee. No, no, no. It's the only way. Get off me! Don't do this! No! Don't do this! Don't do this! Don't do this! Don't do this! Oh, my God. Oh, my God. Oh, fuck. Oh, man. Immer wieder solche schweren Entscheidungen. Don't fucking touch me! Clementine. Clem. You okay? Why, Lee? Lily said he wasn't dead. Er war tot. Er, er war tot, Clementine. Aber was, wenn er nicht? Er war. Ich versuche es. Ich weiß. Ich weiß. Aber du musst jetzt stark sein. Ich brauche dich stark sein. Denk an etwas anderes. Etwas hoffentliches. Wie was? Von hier verschwinden. Von hier verschwinden. Wir werden raus raus, oder? Hast du einen Weg raus gefunden? Ich arbeite daran. Was für eine Scheiße. Das habe ich mir so nicht vorgestellt. Aber wir müssen hier immer noch einen Weg herausfinden. Und ich weiß nicht, ob Lily mit uns sprechen wird. Aber wie es weitergehen wird, das seht ihr erst in der nächsten Folge. Denn wir sind am Ende einer Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir noch einen Daumen hoch da. Und ich würde mich freuen, wenn ihr übermorgen wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge von The Walking Dead. Bis dahin. Tschüss. Dann geht's Dann 3 Vielen Dank.